hallo und herzlich willkommen ich bin der lautschmann und ich begrüße euch wieder recht herzlich 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 ja bei outlast 2 und wir konnten jetzt wieder aus der schule entkommen sind jetzt wieder hier gelandet man es regnet immer noch blut ja und jetzt mal gucken wo wir lang müssen kommen wir darüber müssen wir daran zu der lange hangern er sieht ganz so aus und hier pocht wieder ich ahne böses ich ahne böses hechtssprung ist uns geklickt jetzt ich will hier eigentlich nicht wieder rein eigentlich wollte ich hier nicht mehr rein ich glaube mir bleibt nichts anderes übrig ich habe mir bleibt nichts anderes übrig das müssen wir mal wegschieben dass wir hier weitergehen können hier ist wieder eine batterie das ist sehr gut batterien sind immer unser freund tage nacht wie auch immer ja wunderbar wo sind wir denn jetzt schon wieder gelandet und ein online 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 natürlich sagt kassi kassi der sei doch gescheuert nee und jetzt und jetzt kann ich da hoch nein nein scheiße auch kommen ja das war schon mal der erste tod ne grüß an die julianer die zählte immer fleißig mit wie oft ich sterbe ja das war schon mal der erste tod so zack haben die eigentlich panisse ja guck mal jetzt aber nicht weiß jetzt drauf kommen zum heilen ja zweiter tod von in zwei minuten 22 war das jetzt zwei tote innerhalb von zwei minuten das gibt jetzt der dritte und das war auch schon scheiße auch kommen schon wir müssen hier hoch wir müssen hier hoch und dann müssen wir hier vielleicht hier durch ja kommt das hin ich glaube das war jetzt gar nicht mal schlecht oh Gott können die mir erfolgen immer noch ich weiß es nicht kommen wir hier durch wir heilen uns mal schnell die musik ist immer noch sehr ja ich sag's noch ich sag's noch die musik ist immer noch sehr unheilvoll oh Gott komm schnell hier durch müssen wir ein bisschen schneller als sonntags oh Gott komm schon komm schon so da hoch da hoch da hoch na auf komm schon beeilung und jetzt ja glaube zu Affe tot okay wir sind ganz entspannt so und du und du und du Fahrstuhl Fahrstuhl funktioniert der wenigstens ja der coming aber ich ich hör nichts ne ach toll der geht nun nicht mal oder was ach das ist doch ein ein schmuh und jetzt geht er jetzt es wackelt es wackelt oh Gott ja toll so vier minuten fünf und der nächste tot oder was ist das ne halte was war das eben ah die tot numero des ne uno dos tres so oh scheiße ey Gott ja toll haben wir die jetzt gerufen war das jetzt war das jetzt der Clou oder was oh Gott fuck it so da rüber da durch ich brauche die ich brauche die ich brauche die nacht sich es hat ja alles keinen wert es hat ja alles keinen wert es hat ja alles keinen wert komm schon komm schon gib gas und da durch jawohl wir slide da durch professionell wie wir das hier machen oh Gott sie sind uns dicht im äh im nacken was kommt da durch äh äh ich meine nicht da durch kommt da weiter aber ah ist er wieder schwer verletzt oder was warum bieten der jetzt wir können uns jetzt wir können uns nicht äh verbinden wir können uns jetzt nicht verbinden das geht jetzt gerade nicht oh Gott mach 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 warum geht das nicht warum geht das nicht oh Gott oh Gott aber er macht was er macht was oh Gott er betätigt den Fahrstuhl holla die Wald oh mein Gott jetzt können wir uns wieder verbinden oh wir bluten sehr stark oh Gott so geht es jetzt rein den Stollen ja Jess nicht müssen Lin retten ne ist ganz wichtig nicht verwechseln ne nicht dass wir am Schluss noch die falsche retten ne das wäre das wäre jetzt der Hit ähm ähm oh 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 Gott Freefall Freefall Tower wieder mal eine sehr sanfte Landung so ähm 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 ach ja wir müssen da müssen da vorbei oder was ok ok ja nö guck mal da irgendwo lang ähm muss man sie irgendwo ducken oder so wo ist wo ist jetzt der Clou ne guck mal hier hier können wir wieder rein oder was ah hier können wir direkt rein und das war es jetzt oder was hä ne das kann es ja auch nicht gewesen sein so irgendwas muss doch hier sein aber wir können uns auch noch ah genau jetzt müssen wir doch da runter genau so mal wieder hier aus oh was was denn jetzt schon wieder nö nö hier Verbandszeug ist cool sank diese Bulgi ah ok nehmen wir mit wenn es nichts kostet oh Gott oh man oh ja hier brauchen wir wieder ja ja Gott wer 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 sagt bloß da sind auch wieder irgendwelche von diesen komischen wesen ich sehe man nix ne ich sehe oh nein natürlich ich wusste ich wusste das wäre auch zu schön gewesen ne wir gehen mal direkt in die andere Richtung weiß auch shit Lynn na naja gut ist halt der Stollen ist ein bisschen unter Wasser geraten aber mein Gott das kommt in den besten Familien vor so jetzt hauen wir ein bisschen dann tauchen wir wieder ein bisschen auf na na so es ist ja alles gut alles gut alles gut ich finde es immer noch sehr sehr nice mit diesen Effekten so irgendwas kann man da machen so gehen wir da mal ein bisschen weiter tiefer ein bisschen weiter tiefer hast du ein bisschen nicht nur verwirrt hä ja verwirrt bin ich tatsächlich ja ist gar nicht mal blöd was denn jetzt direkt mal eine Fackel am Arsch ähm 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 ohne mich ohne mich ich 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 geh wieder hoch geh wieder hoch ha 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 ne 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 arschlecken.de so ähm kann ich da pushen ne ne oh scheiße sag bloß mal gucken ob der immer noch da ist ich hoffe nicht ich hoffe das war nur ein Hirngespinst wäre ja keine Seltenheit äh in diesem Game so oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott nö nö macht man sowas nicht ich wollte doch da lang gehen ich wollte doch da lang gehen oh man ähm ja nö ja der ist auch schon länger hier unten ach du auch hier ja okay so wir warten einfach mal bis wir die Aufforderung kriegen wieder nachzuladen wau mal yes auch wieder was wau mal oh Gott kann man wieder filmen ja ich dachte es mir oh alter sauber die Haut abgezogen ne krass scheiße wie bei dem äh 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 falls ihr den nicht könnt äh kennt äh könnt mhm 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 oh mein Gott kranke scheiße aber ja ist nicht das erste verstörende Bild hier das wir hier sehen so nachladen ja machen wir so okay hier können wir glaube ich durchschlucken da sind auch irgendwelche Blut Blut Spuren wieder hier ist wieder eine Batterie sehr schön los Batterios brauchen wir natürlich so okay ähm 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 so okay ja so gehen wir mal da weiter und äh okay okay was haben wir denn hier gelandet auch interessant sagt uns jetzt gar nichts ähm stecken wir uns erstmal nicht so alles gut alles äh in Ordnung äh alles fertig 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 so okay bringt ja nichts müssen weiter okay da geht's nicht weiter oder ah da können wir aufsperren ha praktisch praktisch was denn jetzt oh Gott da ist einer von denen da ist einer von denen oh Gott und jetzt ist er auch nur da zugesperrt ich werde bescheuert hat er uns jetzt gesehen hat er uns gesehen der ist weg ne ach nö ach nö mach doch sowas nicht hei 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 ich mag sowas nicht wenn da plötzlich irgendwelche gestalten auftauchen und schreien ähm ähm oder Zoom ne Zoom 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 ähm wir machen mal kurz hier das ist mir ein bisschen angenehmer und schutze der Dunkelheit so in der Art Gott da ist doch wieder einer oder ne alter guckt euch das mal an ne guck mal alles Menschen alles da zusammengekettet und 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 alter aber nochmal jetzt guckt euch das an ey wie krank ist denn das wie krank ist denn das was jetzt und jetzt oh Gott da kommt einer ah nein oh Gott da haben wir da war die faszination ein bisschen zu groß schade oh Gott meine fresse ey da steht er ha 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 nein oh Gott oh Gott ähm ähm oh komm ich bin ja noch am sterben ja ja oh Gott hätten wir jetzt noch was machen können ich weiß gar nicht ich war jetzt sorry sorry oh oh leck mich doch hier kann ich wieder ganz zurücklaufen oder was ich bin bescheuert äh äh ersticken hier bleiben wir jetzt hier bleiben wir jetzt die ganze zeit die ganze zeit den ganzen abend mir egal scheiß drauf ok können wir ja doch nicht bringen aber wir müssen uns heilen so ich will eigentlich nicht ich will eigentlich nicht ich will eigentlich nicht mehr zurück da ist wieder der andere Typ oh da können wir doch nicht lang ist er wieder oh Gott da ist er wieder war das der überhaupt ich weiß nicht nee das machen wir nicht oh Gott scheiße oh nein lass mich vorbei ach du scheiße da hat er mich doch gesehen da hat er mich doch gesehen ja da zieht er mich jetzt raus genau so oh fuck oh scheiße nein ach komm ach scheiße nee oh man kacke das hat er mich wenigstens nicht erwischt das hat er mich wenigstens nicht erwischt nee 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 äh 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 so scheiße scheiße aber dass er da ist ne das ist kacke ich weiß gerade gar nicht wo ich lang gehe ist mir auch gerade ziemlich egal äh 선택 nein 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 oh nein da ist ja auch einer heiligt mich doch oh Gott oh Gott ja toll scheiße ich glaube er hat es nicht gesehen aber nicht gut wie gut uns wieder verbinden schnell schnell ich mag stellen überhaupt nicht die batterie nimm sie doch nimm die batterie du arschloch gott dann jetzt so weiter 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 come on die glas gott hier war mal okay das cool das cool wir haben ich weiß jetzt nicht an wie wir sagen jetzt vorbeigeschleppt sind was wir jetzt gerade egal und jetzt nur noch im fluchtmodus gott kommt eine und eine die musik ist immer doch assi gott so war mal hier kommt hier kommen ein okay ist alles cool glaube ich alles soweit cool verbände könnte man jetzt davor schieben oder was egal also zurück will ich nicht was können wir da machen was bringt das können wir den jetzt weg schieben vielleicht war mein eigener schatten so okay jetzt gucken wir mal jetzt muss man das bestimmt zurück schieben so 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 bleibst du stehen scheiße müssen schon noch ein bisschen vor ich ihm dass ich da wieder rein kann also scheiße wie der dane fakt ist blockiert grad so schnell wissen vor so das müsste jetzt reichen und brauchen die jetzt erst mal nicht brauchen sie jetzt erst mal nicht so tag okay okay kommt schieb du sau so okay jetzt können wir da weiter wer spricht denn da hallo hier ist doch wieder was ja und ich habe mir sagen lassen jetzt haben wir ein foto davon gemacht hat auch mir die liebe julia gesagt die hat gemeint daher du kannst jetzt da den zettel nehmen und du kannst den text anzeigen lassen und dann kannst du das auch wunderbar lesen weil ich ja immer so ein bisschen probleme hatte mit dieser schreibschrift und 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 was da auf dem zettel ist das kann man manchmal nicht lesen aber ich habe mir vorgenommen das lese ich jetzt und das würde ich auch jetzt mal lesen kapitel 14 lesen wir jetzt einfach mal kapitel 14 erstens und in den momenten vor der geburt wird der antichrist im leib erwachen und die qualen und das elend werden die erde bluten und verderben zweitens wie jesus christus von nazareth den tod in gottes ehren entthronte so wird der antichrist die reiter auf ihren thron setzen außer er wird in seine blutigen wege erschlagen wie siege erschlagen so drittens doch es wird das ungeborene spinnenäugige lamm mit klinge und feuer richten und die frommen werden rufen halleluja johol und ihr werdet den himmel sich öffnen sehen und er kommt zur erde und es wird auf einem weißen pferd sitzen seine augen werden feuer sein und auf seinem haupt alle grunen dieser erde ja denkt das reicht auch schon so wo haben wir es gefunden damals gefunden geh servus du schaust aber konnte gar nicht mal so frisch geht so müssen wir weiter da so ein bisschen krabbeln krabbeln ist angesagt schnell ich will hier nicht begraben werden nicht so wie der kamerad wo hier eingequetscht worden ist das wusste nicht sein das muss ja ein elender tod sein oder konnte misst du als hunde er jetzt aber flott flott die karotty mein lieber herr gesangsverein kommen wir haben schon so hier sind wir verbände also ein verband da geht es runter aber ich würde sagen kommen das war mir doch in der nächsten episode wenn es dann mal wieder heißt outlast 2 so jetzt können wir uns auch mal ein bisschen batterien sparen wenn euch diese folge gefallen hat könnte gerne mal ein like da lassen oder schreibt was in die kommentare oder könnt mich auch abonnieren wenn es noch nicht gemacht habt das wäre auch was feines okay das soll es aber mal wieder gewesen sein dann sehen wir uns das nächste mal bei outlast 2 tschüss und bye bye